Da wird Bodenbearbeitung gemacht und noch den Rest geführt bis zum Pflanzen. Erzähl ich willkommen auf meinem Kanal ab. Donnerstag, der 12. Juni, 24 Uhr. Jawohl, jetzt habe ich es wieder auf dem Radar. Wir setzen hier Kürbis. Wir haben extra verspärten Halloween-Kürbis angezogen, um dann später zu setzen. Das Problem ist, Halloween-Kürbis solltest du bis zum 31. Oktober haben. Und manchmal sind die zu früh reif, schon Ende August. Und die halten sich dann schlecht. Jetzt machen wir einmal einen Versuch. Wir haben einen Teil Halloween für bis jetzt verspärten Tag gezogen. Und setzen die jetzt heute Nacht mit an. Fast einen Monat später als die ersten. Schauen wir mal. Ja, wir haben da so Restflächen wie dieses Triangel. Pflanzen wir Kürbisse rein. Beim Blumenfeld gibt es Kürbisse und da kommen kleine Zierkürbisse hin. Und dann unten beim Maisfeld haben wir einen 6 Meter breiten Streifen. Kein Mais gesät, um noch Kürbis pflanzen zu können. So dass wir doch alle in den Bogen kriegen. So dass wir doch alle in den Bogen kriegen. Ja, jetzt geht es. Die letzten Kürbis pflanzen. Am 13. Juni. Am 13. Juni Am 14. Juni